Alter, ich kann ihn nicht posten. Gebracht. Rechtes Magazin geladen. Ding gemacht. Ja, ich mag diesen Tüten so. Geh mit rein. Kim, komm nach. Einer ist oben. Eine Frost. Frost oben. Nee, Modellsaal. Das war die Frost. Macht nach draußen. Ich hätte mich geschüttet. Und die Bio-Befahrgutbehälter erhalten. Die Bio-Befahrgutbehälter beschützen. Nur noch ein Gegner spricht. Da muss man keinen Glepp. Ich muss. Steht unter der Treppe. Genau unter mir. Leider nach. Warum muss der Herrscher sind? Ich hab keinen Bock mehr. Den Bio-Gefahrgut-Behälter beschützen. Viel einfach, ey. Eigener Druck siegreich, alle Gegner. Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Feinde deckt. Erdgefährten. Den Raum sichern und den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen. Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neu verabschieden. Was ist der? Sicherung ist...